Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Minecraft zusammen mit mir alleine. Und zwar spielen wir wieder Minecraft Bad Wars. Und ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn, wir rennen einfach rein hier. Wir gehen auf Squad wieder, weil ich bin natürlich ein Profi. Und dann geht's gleich los. In 2, 1, 0. So, okay, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Unsere Teammates sehen auch nach richtigen Profis aus. Vor allem der da hinten, der mit einem No-Skin. Und der hier. Okay, das kriegen wir aber gut hin. Oha, das Bett sagt auch schon alles. Okay. Okay, 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 erstmal die Lage abschecken. So. Wir brauchen Dinger. Ich kann nix kaufen, ich bin Pleiter. Ich kann halt auch nix machen, weil die ja campen. Ich mähe hier erstmal den Rasen, weil das soll ja schön aussehen hier, ne. So. Eine Katze darf auch Gras essen. So, schön. So, schön. Guckt euch das an. Gibt mir ein bisschen. Aha, eine deutsche. Warte mal. Nein. Wo ist mein... Mein Teammates haben einfach schon Smug the Gold, alter. Als ob er die ganzen... Oh, ja, 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 das gibt's doch nicht. Okay, wir gehen rüber in die Mitte. Oder ist er zu rot? Rot hat Bett noch nicht eingebaut. Wir gehen zu rot, Leute. Oh mein Gott, das war knapp. Nein. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, Leute. Okay. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin einfach runtergefallen, Leute. Oh mein Gott. What the hell? Leute, ich bin grad ernsthaft nicht runtergefallen, oder? Das habt ihr doch nicht gesehen, oder? Leute, ich bin runtergefallen. Aber egal. Kein Problem. Look, der Profi, der ist ein Mann. So. Sack, sack. Ich könnte zu gelb. Hey, 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 hey. Dass du ganz ruhig bleibst. Alter. Alter, Leute, alter. Okay, die sind ziemlich brutal, aber das ist kein Problem. Die kriegen wir gut easy hin. Das machen wir schon. Ey, wir schmeißen ja Gold hin, ey. Das ist ja Gold wert. So, ey, wir schmeißen ja Stein rein. Ey, die haben schon alle Rüstungen. Ich hab ja gar nichts. Das einzige, was ich hab, ist ein Steinschwert und, äh, äh, Dings. Ich hab ja gar nichts. Ja, 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 ja. Es ist wichtig, erstmal die Betten abzubauen, weil das bringt uns den Sieg. Jetzt geht's in Grün. Mal gucken, was Grün macht. Oh, okay, Grün, es sieht brutal aus. Nee, das ist blau. Wir sind doch Grün. Nee, warum? Was für Fahrgebürt sind wir eigentlich? Doch, wir sind Grün. Oh mein Gott, ich dachte, Grün ist Feind. Hupala. Puff, man sieht sich selber das Feind an. Daumen hoch. Leute, lass einen Daumen hoch schon mal. Oh, 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 oh. Okay. Ich dachte grad, mein Tage sind gesählt. So, äh, es kann ruhig einer Diamanten holen. So. Alter, da hat grad jemand versucht, unser Bett abzusprengen. Aber nicht mit mir. Logi, der Profi, der macht das schon. Keine Sorge. So. Zack. Was brauchen wir? Wir brauchen Rüstung. So, dann weg. Ich schnappe mal mir Diamantos. Diamanto, Diamanto. Ich glaub, ich werd heiser, ey. Warum wär ich denn heiser? Ist halt auf der Arbeit zu weniger schreien, ey. Oh, welch gute Laune ab, Leute. Dann werd ich immer lauter auf der Arbeit. Also, jetzt nicht negativ im Sinne, so einfach positiv. Dann ist es einfach schön, versteht ihr? So, jetzt kann ich auch immer Eisenschwerter holen. Das ist cool. Aber, das ist grad unwichtig, denn... Ich hab das Gefühl, es ist extrem laut, Alter. So. Ich werd jetzt Team Dings an Besuch abstatten. Team... Ach, sind da beide Geblätten schon weg? Ja, easy, Alter. So, Team Gap ist eh alleine. Die hol ich mir jetzt. Eiei, ja, 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 ja. Ja, das war jetzt... Das war unfair von mir, ne? So. Den Dropper nehm ich aber nochmal mit. Danke. So. Die ganze Rüstung, die kann ich hier hinschmeißen. Die brauchen wir nicht. Äh, genau wie diese Rüstung hier. Ich weiß nicht, wer das immer macht. Das geht echt gar nicht, so. So. Nochmal zwei Feuerbälle, oder auch nicht, weil... ...die hier drinnen sind. Oh mein... Oh mein... Alter. Da hab ich mir fast selbst gesprengt, Leute. Kein Problem. Es war geplant, es war gewollt. Ja, die haben schon Dier. Aber egal, kein Problem. Okay, der ist jetzt runtergefallen. Und weg. Bam. Leute, easy win. Das haben wir easy gemacht, ey. Ha. Guckt euch das an. Da kommen wir gleich. Und damit, Leute, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr alles gerne liked und abo das, würde ich mich wirklich sehr, sehr dolle freuen. Teilt auch gerne meinen Kanal. Und, ähm... Ja. Das war's eigentlich schon. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.